Sky Cinema präsentiert Was empfinden Sie, wenn die Menschen Sie als Helden bezeichnen? Ich empfinde mich nicht als Helden, nur als Mann, der seine Arbeit gemacht hat. Der Film der Woche Mayday, Mayday! Hier spricht der Kapitän. Sicherheitsposition einnehmen. Die wahre Geschichte einer unglaublichen Heldentat. Darüber werden die Leute noch in vielen Jahren sprechen. Tom Hanks ist... Ist hier doch jemand. Kommen Sie nach vorn. Sully. Jetzt auf Abo von Sonntag auf Sky Cinema. Untertitelung des ZDF für funk, 2017